Hallo, ich bin Benjamin Kahl, Snowboard-Weltmeister und Mountainbike aus Leidenschaft. Trotzdem achte ich immer auf meine Sicherheit. Heute ein guter Tipp von uns. Für gelungene und sichere Mountainbike-Touren sind Vorbereitung und Planung wesentlich. Macht euch mit Karten oder GPS-Datenmaterial gut vertraut, schon bevor die Tour losgeht. So habt ihr mit Sicherheit mehr Spaß beim Sport. Trotzdem mal ein wenig. Ich bin imparant. Dann kommt auf meine Säge. Bitte kommen die Tour.